Herzlich Willkommen zurück. Äh... Vielleicht... Ich will... Moom... Ja... So... Ah, das ist wieder dieser blöde... Dieses blöde Portal, das uns gar nichts bringt. Oh... Ich stelle mich aus dem Fenster, ich schwöre. Da und da wieder Lightbeam verschwenden. Das wieder Destiny. Jaja, das Spiel mag nicht. Weil ich ja so viel Lightbeammonie habe im Moment. Und hier sind Weltraumpiraten. Mit der D-Flecher. Bei der D-Flecher. Bei der D-Flecher im Film. So, was das Portal? Wo ist der D-Flecher? Wo ist der D-Flecher? Wo ist der D-Flecher? Ist aber im Moment nicht verletzen. Was labere ich halt mal wieder? Powerbeamtür vor allem. Oder eher Powerbondentür. Wo ist der D-Flecher? Ach, sagen wir so, wenn das jetzt runtergefallen wäre, ne? Wäre aber was los gewesen? Im Gesicht der Tatsache, dass ich gerade versuche den falschen Weg zu gehen. Vergifteter Sumpf. Weil das mal richtig ist, wo ich hier reinhabe. Äh, sei jetzt bitte für Darkbeammonie gedacht. Natürlich nicht. Weil ich ja so viel Lightbeammonie auch habe. Wacka! 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 So. Bin ich richtig? Ich weiß, wo ich überhaupt's finden. Warte mal, wie die Karte ist. Was soll das? Ich bin da oben. Was will ich da unten? Ich will da lang. Dahin. Wenn's geht. Okay, dann bin ich richtig. Torpassage zum Himmelstempel. Aktiv. Schön. Neun Schlüssel für Tempelzutritt notwendig. Schlüssel zur Torpassage bringen. Ja. Das ist quasi sowas wie der Artefakt-Tempel aus Prime 1. Und auch da sind Hinweise zum Verbleib der Schlüssel bloß... ...die sind noch... ...mehr vage als die von Prime 1. Also die sind nicht sehr informativ. Wie? Also die Soße schade uns nicht mehr. Aber so manch andere schau... Du Misty-Bursch! Und ich hab ja so viel Leid im Moment. Das war total fair. Ich hab Perfectly! Bin ich richtig? Ja? Bin ich? Nö. Bin ich überhaupt richtig? Wenn überhaupt? Ja, wie wär's nicht? Genau hier war die komische Missile Expansion. Und da unten ist unser Freund. Schlüssel. Schlüssel Nummer 3. Okay. Wo in Turmus? Der Zweite. Da unten bloß wo? Ich glaube ganz unten. Aber ich bin mir nicht sicher. So oder so. Müssen wir jetzt erstmal... ...hier wieder raus. Da geh mal ein bisschen durch die gelbe Tür. Dann sparen wir ganz den Weg. Jaaa! Ist okay! Zu jemand anderen, die du nerven kannst. Okay. Okay. Spore Span! Nee, es ist Klocos. Fleischfressende Wasserpflanze. Außergewöhnlich robuste, kannivore Pflanze. Das empfindliche Nervenzentrum, das beim Öffnen des Mundes freigelegt wird, bietet eine Angriffsmöglichkeit. Direkte Treffer Alarm in das Objekt. Okay. Okay. Ok. Abweinen Helden hat er. Raus hier, warte mit Fisikin. Auf. Okay. Auf. 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 Nein, zu feilen... äh zu weit... zu feilen, was heißt zu feilen? Deutsch ist scheiße... Ja genau, macht was du willst... ihr habt es nötig... bis gleich...